Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel die Quacksalber von Quedlinburg aus dem Schmidt Spiele Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 2-4 Spieler ab 10 Jahren mit einer Dauer von ca. 45 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel, ein Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu die Quacksalber von Quedlinburg. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung, hier eine Erklärung zu den ganzen Bücherseiten. Dann gibt es hier den Punkteplan und den Rundenzähler. Für jeden Spieler gibt es hier so einen Kessel, der hat zwei Seiten, einmal für die einfache Variante, einmal für die bisschen schwierigere Variante. Also da hat jeder Spieler dann einen Kessel, ebenso wie einen Stoffsack, den jeder Spieler hat. Dann gibt es hier die Wahrsagerkarten, da kommt jede Runde eine Karte zum Tragen, die alle Spieler beachten müssen. Dann hat man hier diese ganzen Bücher mit den ganzen Rezepten darauf. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Spiel zu individualisieren. Das ist ziemlich cool. Dann gibt es hier Material, was die Spieler noch kriegen, wie jetzt diese Flasche. Jeder Spieler hat noch so einen Tropfen. Dann gibt es diese 0,50 Marker, die man braucht, wenn man hier über die 50 drüber kommt. Es gibt einen Würfel und diverse andere Marker, wie einen Rattenmarker und sowas. Dann gibt es hier diese Zutaten in den Wertigkeiten 4, 2 und 1. Dann gibt es hier diese Rubine und hier nochmal Zutaten von den Knallerbsen. Das sind so die Startzutaten in den Werten 1, 2 und 3. Ja, das ist er schon, der komplette Inhalt dieser Spiele-Schachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert wie folgt. Jeder Spieler nimmt sich hier so ein Kesseltableau und dreht es mal auf die Seite für die Anfängerversion. Auf der Rückseite haben wir die fortgeschrittene Version. Die ist nicht wirklich schwerer. Da geht es nur darum, dass man in dem Spiel hier solche roten Edelsteine bekommen kann. Und da kann man sich dann entscheiden, ob man die für zwei Aktionen einsetzt, die wir uns nachher noch anschauen. Die gibt es bei der normalen Version. Oder noch eine dritte Version. Und die könnte man hier unten einsetzen, um hier Punkte oder auch nochmal Sachen zu bekommen. Also das ist jetzt nicht wirklich viel schwerer. Es ist nur eine weitere Variante des Spiels. Auf dieses Tableau liegt jeder Spieler eine von diesen Flaschen. Und zwar mit der gefüllten Seite nach oben drauf. Und dann kriegt jeder Spieler drei Marker. Da gibt es zum einen so einen Tropfenmarker. Den legt man grundsätzlich mal hier auf die 0 drauf. Hier am Rand von dem Kessel erkennt man, welche Farbe man ist. Dann gibt es einen Rattenmarker. Den legt jeder hier in diese Schüssel rein. Und dann gibt es einen Marker, wo nichts drauf ist. Und das ist der Siegpunktemarker, mit dem man hier die Punkte zählt. Und den legt man neben die 1. Hier fängt man dann einfach an, die Punkte zu zählen entsprechend. Dann gibt es einen Würfel. Den legen wir hier zu den Rubinen. Auch die Rubinen legen wir auf den Tisch. Dann gibt es hier diese ganzen Marker. Die gibt es mit dem Wert 1, 2 und 4. Und die sortiert man einfach mal komplett nach den 1er, den 2er und den 4er Markern. Und legt die einfach getrennt auf den Tisch. Die kann man im Laufe des Spiels dann erwerben. Hier gibt es einen Würfel. Wie gesagt, den legen wir zu den Rubinen. Und diese Wahrsagerkarten. Da sind einfach Sachen drauf, die jede Runde gezogen werden. Immer eine Karte und die man einfach dann beachten muss oder gleich ausführen muss. Je nachdem, was da drauf ist. Und dann gibt es noch diesen Tropfen. Und den legen wir hier auf den runden Marker auf die 1 drauf. So. Jetzt werden an die Spieler mal ein paar Zutaten verteilt, die man in den Stoffsack legt. Und das ist hier unten aufgemalt. Da kriegt jeder Spieler mal eine 1 in grün und eine 1 in orange. Das nimmt sich jeder Spieler und legt es mal in seinen Stoffsack rein. Und jetzt gibt es diese Knallerbsen. Das sind dann besondere Sachen, die man eigentlich gar nicht so gerne hat. Aber die einfach in den Stoffsack am Anfang rein müssen. Einen 3er, 2, 2er, 4 mal die 1. Das sind die Sachen, die jeder Spieler am Anfang in seinem Stoffsack drin hat. Die restlichen Knallerbsen kann man mal ein bisschen zur Seite legen. Die will man sich nicht selber reintun in seinen Stoffsack. Aber man kriegt sie automatisch hier nochmal dazu in der 6. Runde. Ich tue sie mal aus dem Bild, weil 6 Runden spielt man sowieso nicht. Aber tut sie nicht zu weit weg, denn ihr braucht sie wie gesagt dann nochmal. So. Die Sachen tut jeder in seinen Stoffsack rein. Mischt das Ganze ein bisschen durch und legt es mal zu sich hin. Ich habe jetzt nicht so viel Platz auf meinem Video. Deswegen sieht man das vielleicht nicht 100%ig. Aber das passt schon. Dann gibt es diese 0 und 50 Marker. Die drehen wir auf die 0 Seite und legen die mal hier drauf. Jetzt für die beiden Spieler, die jetzt mitspielen. Und jetzt gibt es diese ganzen Bücher mit den Zauber-Sachen darauf. Das ist sehr, sehr cool. Die Sachen sind alle hier in diesem Alma nach nochmal erklärt. Denn es gibt vier verschiedene Stufen von jedem Buch, außer dem Kürbis. Ansonsten gibt es immer vier Stufen. Und diese Stufen, die haben einfach unterschiedliche Funktionen. Man kann sie also raussuchen, mit welcher Version man spielen möchte. Wir fangen jetzt mal an mit der leichtesten Version. Und dann nimmt man sich den ersten Satz dieser ganzen Bücher und schaut hier unten auf diese Lesezeichen. Da ist ein so ein Zeichen drauf. Und immer wenn ein so ein Zeichen drauf ist, gehört das zu einem Satz. Wie gesagt, das hier ist immer das gleiche mit dem Kürbis. Da gibt es keine andere Version. Und von dem schwarzen, da gibt es auch keine andere. Da gibt es nur die Version für drei bis vier Spieler oder für zwei Spieler, welche Seite man hernimmt. Ansonsten sind das mit dem Kürbis und dem schwarzen Buch immer gleich. Die nimmt man immer mit rein. Und dann gibt es hier eben auch noch die, dann mit drei unten drauf oder mit vier unten drauf. Das sind die Aktionen einfach andere. Und das ist alles im Alma nach beschrieben. Ich lege mal die anderen hier aus dem Spiel. Wie gesagt, hier nehmen wir die Seite, wo der Einser drauf ist und nicht der Zweier. Aber man hat hier einfach grundsätzlich mal vier verschiedene Möglichkeiten, das Spiel komplett anders grundsätzlich auszustatten. Und dann kann man auch noch mischen und sich die Sachen raussuchen, mit denen man spielen möchte. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit diesen Büchern zu arbeiten und das Spiel hier zu individualisieren. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Wir brauchen jetzt am Anfang die Bücher in gelb und in pink nicht. Denn die decken wir erst in der zweiten und dritten Runde auf. Lege ich mal kurz hier zur Seite. Die anderen Bücher liegen dann schon offen aus. Und da gibt es Sachen, die man immer gleich beachtet, sobald man ein entsprechendes Plättchen in der Farbe hier rauslegt. Und dann gibt es einfach Sachen, die man erst am runden Ende beachtet. Das Grün zum Beispiel ist was für das runden Ende. Lege ich mal hier drüben hin. Ebenso ist das Schwarze hier. Was für runden Ende. Das lege ich mit der Zweispielerseite auch da hin. Rot ist gleich. Blau ist gleich. Und, naja, der Kürbis ist sowieso nichts Wichtiges. Und hier stehen auch die Preise dann drauf, was eben kostet, um sich neue Plättchen zu kaufen. Schauen wir uns alles ganz in Ruhe an. Aber grundsätzlich ist es das mal der Aufbau für das Spiel. Und, ja, als nächstes lese ich euch die Spielidee vor. Einmal im Jahr öffnet der Bazar von Quedlinburg für neun Tage seine Tore. Die besten Wunderheiler und Kurpfuscher des Landes kommen hier zusammen, um ihre Heilkunst anzubieten. Schweißfüße, Heimweh, Schluckauf und Männergrippe. Gegen alles wird eine wirksame Tintur gebraut. Aber alle Quacksalber kochen hier ihr eigenes Süppchen. Zum Brauen der Tränke ziehen die Spieler als Quacksalber so lange Zutaten aus ihren Vorratsbeuteln, bis sie der Meinung sind, den perfekten Trank gebraut zu haben. Doch beim Brauen ist Vorsicht geboten. Denn nicht selten ist es die eine Knallerbse, die zu viel ist und die den schönen Trank scheitern und den Kessel explodieren lässt. Da heißt es zur rechten Zeit aufhören und lieber erst einmal ein kleines Portionchen kochen, um mit den Einnahmen der Wundertränke kostbare Zutaten zu erwerben. So füllt sich nach und nach jeder eigene Vorratsbeutel mit immer hilfreicheren Zutaten. Und der nächste Trank wird dann vielleicht noch wertvoller. Eine Sache habe ich noch vergessen, die die Spieler bekommen. Und das ist, jeder kriegt noch einen von diesen roten Rubinen. Und was die machen, schauen wir uns dann jetzt gleich an. Wie funktioniert das Spiel jetzt im Einzelnen? Also als erstes in jeder Runde wird hier eine Wahrsagerkarte aufgedeckt. Das heißt, man nimmt die und liest die vor. Und hier heißt es jetzt, wähle, rücke deinen Tropfen zwei Felder vor oder nimm dir einen lila Chip. Das ist jetzt eine Sache, die man sofort ausführt und die nicht das restliche Spiel oder die restliche Runde hier betrifft. Sondern das ist eine Sache, die jeder Spieler jetzt individuell für sich raussuchen kann und sich überlegen, was will ich. Will ich den Tropfen zwei vor bewegen, was das bringt, sage ich euch gleich. Oder möchte ich lieber gleich hier so ein lila Chip, wofür ich dann später ab der dritten Runde, wenn das erst draußen liegt, den gibt es ja momentan noch gar nicht, auch Siegpunkte bekommen kann. Momentan weiß ich nicht, was ich nehmen würde. Ich sage es mal, er nimmt, dass der Chip zwei Felder weiter vorne liegt und das macht er hier drüben auch. Was macht dieser Tropfen? Der Tropfen verschiebt einfach das Startfeld. Dann ist es so, ich nehme mal kurz noch einen hier raus. Es beginnt immer hier bei der Null und geht dann hier vorwärts. Und erst ab der 6 zum Beispiel gibt es mal einen Siegpunkt. Bis zur 9 bleibt es bei einem Siegpunkt, ab der 10 gibt es zwei Siegpunkte und so weiter. Und wenn ich bei der Null anfange, muss ich natürlich mehr von diesen Chips rauslegen, wie wenn ich jetzt bei der 2 schon bin, dann kann ich bei der 2 schon anfangen rauszulegen und bin einfach schneller im Punktebereich. Das ist eben diese Träne. Das ist ganz wichtig. Und was man auch wissen muss natürlich ist, es gibt zum einen die Siegpunkte, das ist das Kleine, was draufsteht, aber die Zahl selber, die hier draufsteht. Und das ist das Geld, was man kriegt zum Ausgeben, um sich hier anhand dieser Tabelle neue Chips zu kaufen für den Stoffsack. Also nicht übersehen. Da ist beides sehr, sehr wichtig. Nur beides bekomme ich auch nur, wenn mir der Kessel nicht explodiert. Und der Kessel explodiert mir, sobald ich mehr wie sieben Knallerbsen draußen liegen habe. Wir erinnern uns, Knallerbsen sind diese weißen Sachen, die wir im Stoffbeutel haben. Wenn wir da Werte draußen liegen haben, also ab 8 sozusagen, dann explodiert mir der Kessel und dann darf ich in der Wertungsrunde mir nur entweder die Siegpunkte nehmen oder das Geld. Explodiert mir der Kessel nicht, darf ich beides nehmen. Das heißt, da muss man sich überlegen, traue ich mich da noch oder nicht. Schauen wir uns gleich alles ganz in Ruhe an. Ich habe jetzt als erstes immer die Möglichkeit, das geht ab der zweiten Runde, meine Ratte zu nutzen. Und Ratte bedeutet einfach, ich kann Spieler, die weiter vorne sind, benutzen, um mit meiner Ratte noch weiter vorne anzufangen, wie der Tropfen ist. Erkläre ich jetzt mal kurz. Hier auf der Siegpunkteleiste sind Ratten drauf mit ihren Rattenschwänzen. Jetzt sagen wir, unser Spieler, golden ist hier unten und der andere Spieler ist schon hier oben. Und jetzt könnte ich sagen, ich nutze meine Ratte, das kostet mich nichts, das kann ich jede Runde machen, wenn ich hinten liege. Und jetzt schaue ich mal, wie viele Rattenschwänze zwischen mir und dem anderen Spieler liegen. Also in dem Fall habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 Ratten, die dazwischen liegen. Und jetzt dürfte ich die Ratte von meinem Tropfen aus, 1, 2, 3, 4 Felder, nochmal weiter vorne einsetzen und ab hier beginnen zu legen. Das heißt, das ist ein kleiner Vorteil für Leute, die wirklich weit hinten sind, um hier den Anschluss zu finden. Ist der Abstand nicht so groß, zum Beispiel nur so, dann ist es halt nur ein Feld mehr. Dann würde ich die Ratte halt hier reinlegen und bei der 4 anfangen. Also je nachdem, wie groß der Unterschied zwischen den Punkten ist, desto mehr kann ich aus der Ratte natürlich Profit schlagen. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache, dass eben keiner jetzt hinten hängen bleibt, sondern damit kann ich eben weiter vorne anfangen und da den Anschluss wieder finden. Das ist eine sehr gute Sache. Kann ich jedes Mal einsetzen, am Anfang einer Runde, nachdem die Wahrsagerkarte aufgedeckt wurde. Kostet mich nichts, kann ich einfach machen. Jetzt spielen wir einfach los, um euch das Spiel einfach mal zu erklären. Die Spieler können jetzt entweder gleichzeitig spielen, das heißt, jeder zieht einfach aus seinem Stoffsäckchen und legt die Sachen raus, bis einfach jeder sagt, er ist fertig mit seiner Sache oder man sagt auch, man macht das wirklich gleichzeitig. So ungefähr jeder langt jetzt rein, rausziehen, hinlegen, rein, rausziehen, hinlegen. Kann man sich entscheiden, wie man das möchte. Dieses Synchronziehen macht man auf jeden Fall in der letzten Runde, da ist auch so ein Symbol drauf. Also in der neunten Runde macht man das auf jeden Fall, ob man es während des Spiels die ganze Zeit so macht. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. Ansonsten kann jeder für sich einfach rausziehen und hinlegen, in seiner Geschwindigkeit, wie er das möchte. Da kann man natürlich die anderen Spieler dann ein bisschen schlechter kontrollieren, ob sie auch nicht bescheißen. Aber wie gesagt, ich fange jetzt einfach mit dem Spieler mal an und lange jetzt in den Stoffsack rein und nehme einfach eins von diesen Dingern raus. Das ist jetzt ein grünes. Grün haben wir gelernt, bringt uns erst am Ende der Runde was. Und das bringt auch erst was, wenn es das letzte oder und vorletzte Plättchen ist, das auf dem Plan liegt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinlege und da kommen noch ganz viele andere, dann bringt mir das natürlich jetzt nichts, weil es niemals das vorletzte oder letzte Plättchen sein wird. Ich habe momentan auch nur einen grünen, also da wird in der Runde auch nicht viel passieren. Was heißt die 1 darauf? Die 1 heißt einfach, oder die Zahl darauf heißt einfach, wie viele Felder ich vorwärts zählen muss, bevor ich das hinlege. Das heißt, eine 1 ist natürlich einfach aufs nächste Feld drauflegen. Und dann ziehe ich einfach weiter. Jetzt habe ich eine weiße 1, also auf das nächste Feld drauflegen. Ich ziehe, weiße 1 auf das nächste Feld drauflegen. Ich selber kann entscheiden, wann ich aufhöre. Ich weiß, wenn ich den achten weißen gezogen habe, dann explodiert mir der Kessel. Also traue ich mich auf jeden Fall hier noch, weil ich weiß, es ist ein 3er drin. Mehr nicht, also kann es nicht so schlimm sein. Eine 1 lege ich da hin. Nächstes eine 2, dann zähle ich 1, 2 und lege es aufs zweite Feld. Jetzt bin ich schon bei 5. Jetzt weiß ich, wie ich jetzt den 3er ziehe, dann zerreißen wir den Kessel. Ich bin trotzdem mutig, ziehe nochmal eine 2, 1, 2, lege das da hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist das Maximum, was ich haben darf. Wenn ich jetzt nochmal einen weißen ziehen würde, würde mir der Kessel explodieren und ich könnte nur eine der Belohnungen nehmen. Und deswegen sage ich natürlich, ne, jetzt höre ich auf und bin raus. Das gleiche macht der andere Spieler, auch der zieht entweder gleichzeitig eben oder danach oder wann auch immer seine Sachen hier raus und legt die hier hin. Hier haben wir jetzt diesen orangen Kürbis, der bringt auch nichts, weil der hat gar keine Funktion. Dann haben wir hier 1, halt, falsche Richtung, bei 3 fangen wir an. 1, 2, dann haben wir hier eine 1, grün. Ich ziehe weiter eine 1. Denn umso weiter ich vorwärts ziehe, umso höher ist natürlich die Belohnung. 1, 2, 3. Jetzt habe ich schon 3, 4, 5, 6, 7. Auch ich höre jetzt lieber auf, weil ich weiß, andere Farben wie diese beiden habe ich momentan eh noch nicht in meinem Stoffsack. Also kann das Ding nur explodieren und deswegen höre ich jetzt auf zu legen. Und jetzt kommt diese Wertungsrunde. Und die beginnt mit Sachen, die hier unten drauf sind. Da geht es komplett hier rüber, was man alles tut. Und das Erste ist das Würfeln. Würfeln darf nur der Spieler, dessen Kessel nicht explodiert ist. Ist der Kessel explodiert, darf ich nicht würfeln. Das ist ganz wichtig. Und jetzt schaue ich mal, explodiert ist ja gar keiner. Also darf jeder Spieler würfeln. Ich fange mal hier an, würfel mal und hier ist ein Edelstein drauf. Dann nehme ich den und dann würfelt er hier drüben auf. Hier sind zwei Siegpunkte drauf und die darf ich natürlich gleich hier auf der Leiste vorwärts ziehen. Es gibt noch einen Siegpunkt. Es gibt einen Kürbiseinsatz ziehen. Es gibt die Träne oder den Tropfen eins weiter vorwärts bewegen. Das sind die Dinge, die hier so drauf sind. Also lauter gute Sachen, nichts Negatives. Und nachdem wir alle gewürfelt haben, wird jetzt das Nächste angeschaut. Und das Nächste ist es, jetzt werden die Schwarzen, die Pinken und die Grünen Zutaten abgehandelt. Und jetzt wird geschaut. Ich habe weder Pink, ist noch gar nicht im Spiel, Schwarz habe ich noch keins, Grün hätte ich. Grün liegt hier leider nicht an letzter und nicht an vorletzter Stelle und auch hier nicht an letzter oder vorletzter Stelle. Das heißt, bei Grün passiert nichts. Wäre ich an letzter oder vorletzter Stelle mit meinem grünen Plättchen, würde ich ein Edelstein kriegen. Also liege ich an letzter Stelle, gibt es einen Edelstein. Liege ich an letzter und vorletzter Stelle mit einem grünen, gibt es sogar zwei Edelsteine. Und das ändert sich eben pro Seite, die ich hernehme. Hier gibt es zum Beispiel für jeden vorletzten oder letzten Chip entsprechend der Höhe des Chips, andere Chips und so weiter. Also es ändert sich, je nachdem, was ich da eben spiele. Das ist jetzt die Einsteiger, naja nicht die Einsteigerversion, es ist das erste Buch, was wir einfach spielen mit den Regeln dieser ersten Bücher. Und die sind auch schon ganz lustig. Und die anderen Bücher, wie gesagt, die bringen halt andere Features ins Spiel. Gut, jetzt habe ich durch das hier mit dem Verwenden. Jetzt wird geschaut, darf ich einen Edelstein nehmen. Edelsteine darf ich immer nehmen, wenn auf dem nächsten Feld, wo mein letztes liegt, ein so ein roter Edelstein drauf ist. Denn das Wertungsfeld ist immer das nächste von dem Feld, wo mein letzter Zutat drauf liegt. Das heißt, bei ihm ist es hier die 11 mit den zwei Siegpunkten und bei ihm ist es die 12 mit den zwei Siegpunkten, weil das Feld das nächste eben dieses ist. Da ist jeweils kein Edelstein drauf, deswegen gibt es da nichts. Ja, jetzt gibt es die Siegpunkte. Wenn ich jetzt einen explodierten Kessel habe, habe ich eine Auswahl. Wenn er explodiert ist, dann muss ich mich entscheiden, nehme ich die Siegpunkte oder nehme ich das Geld, um was einzukaufen. Ist der Kessel nicht explodiert, habe ich die Auswahl zwischen beiden. Oder nicht die Auswahl, sondern ich darf beides machen. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall mal zwei Siegpunkte, er kriegt auch zwei Siegpunkte, 1, 2, 1, 2. Die ziehen wir hier. Und jetzt wird Geld ausgegeben. Bedeutet, ich habe jetzt 11 Geld und er hat 12 Geld zum Ausgeben. Und hier unten steht immer drauf, was was kostet. Überzähliges Geld verfällt halt. Jetzt kann ich überlegen, 11 Geld. Da könnt ihr jetzt kaufen, zum Beispiel hier, einen Zweier in Grün für 8 und einen Einser Kürbis für 3. Dann hätte ich genau 11 ausgegeben. Ich könnte mir aber auch einen roten Zweier kaufen für 10, dann verfällt halt 1. Oder auch einen blauen für 10, verfällt halt 1. Kann ich mir jetzt überlegen, wie ich das möchte. Und er sagt jetzt einfach, okay, ich würde ganz gerne mir einen grünen Zweier kaufen und einen orangen Einser Kürbis für 3. Das sind genau 11 und schmeiße das in meinen Stoffsack rein. Und auch alle anderen von diesem Plättchen schmeiße ich dann in meinen Stoffsack. Also sobald ich mein Geld ausgegeben habe und meine Siegpunkte gezogen bin, kann ich wieder abräumen und das in den Stoffsack werfen. Er hier drüben hat ja 12 zum Ausgeben. Schaut sich die Sache auch mal an und sagt, okay, mit 12 würde ich ganz gerne, schauen wir mal, da könnte ich die 10er mir holen. Oder eben auch das machen, was der andere gemacht hat. Aber das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich nehme mir den schwarzen Einser für 10. Das heißt, 2 Punkte verfallen, weil für 2 Punkte gibt es nichts zum Kaufen. Lege ich hier hin, in den Stoffsack rein, das war natürlich der falsche Stoffsack, du Held, äh, lege ich in meinen Stoffsack rein, nehme auch die restlichen Plättchen wieder runter und lege sie in meinen Stoffsack rein. So, jetzt kommt das letzte, was hier gemacht wird und das wäre das Ausgeben von Rubinen. Für was kann ich Rubine ausgeben? Ich kann 2 Rubinen zahlen, um meinen Tropfen um ein Feld weiter zu bewegen. Ich kann auch 2 Rubine zahlen, um meine ausgegebene Flasche wieder aufzufüllen. Was bringt diese Flasche? Die Flasche bringt mir das, dass wenn ich einen weißen Stein gezogen habe und hingelegt habe, kann ich die Flasche nutzen und den weißen Stein wieder zurück in den Stoffsack legen. Das heißt, habe ich diesen 3er vielleicht zu früh gezogen, den weißen, kann ich die Flasche umdrehen und den 3er nochmal wegnehmen und was anderes ziehen. Und um die Flasche eben aufzufüllen, kann ich hier 2 Edelsteine ausgeben. Edelsteine sind ansonsten im Spiel selber jetzt nichts wert. Erst am Spielende könnte ich sie noch eintauschen gegen nochmal Siegpunkte. Ja, das sind also jetzt die Sachen, die in dieser Runde passieren und dann ist die Runde rum. Wir ziehen den Marker 1 weiter auf die 2. Auf der 2 sehen wir, es kommt das Gelbe mit ins Spiel, das lege ich mal da hin. Und das ist auch was, was sofort passiert während des Spiels. Lege ich also einen gelben Marker raus, den auch noch keiner hat. Dann dürfte ich, wenn vor dem gelben Marker, also das letzte, was ich gelegt habe vor dem gelben, ein weißer ist, den weißen wieder wegräumen. Das ist sehr, sehr cool. Der pinke kommt noch nicht ins Spiel, der kommt erst ab Runde 3 ins Spiel. Also jetzt haben wir schon 3 Sachen, die während des Spiels passieren. Rot, Blau und Gelb. Leider habe ich noch keinen einzigen von diesen Markern bei mir in den Stoffsäckchen drin. Gut, dann haben wir diese Sache hier erledigt, kommt aus dem Spiel und wir ziehen die nächste Aktionskarte, da steht es drauf. Haben deine weißen Chips am Ende der Runde einen Gesamtwert von genau 7? Rücke deinen Tropfen um ein Feld vor. Das ist natürlich jetzt ein Ansporn hier, genau die 7 zu haben, dass der Kessel genau nicht explodiert, aber ich eben genau die 7 habe. Der Startspieler wechselt auch dann rüber zu dem anderen Spieler und wie gesagt, dann geht es einfach wieder los. Ich mache es wieder hintereinander, weil ich kann nicht gleichzeitig beide spielen. Eine 1, eine 1 in schwarz, eine 2, 1, 2, dann eine 1, dann nochmal eine 1, jetzt sind wir schon auf 5, wird schon eng. Dann eine grüne und hier nochmal einmal das Kürbisschen in Orange. Da ist nicht mehr allzu viel drin, es ist gefährlich, dass ich den 3er ziehe. Jetzt ziehe ich raus und habe den 2er. So, 1, 2 lege ich hier hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe es also genau geschafft und wenn ich das geschafft habe, darf ich meinen Tropfen dann nachher einen Schritt vorwärts bewegen. Denkt dran an die Sachen, die da draufstehen, die sind meistens nicht zu eurem Nachteil. Gut, dann ist er hier drüben dran. Ich ziehe eine 1, eine 1 in grün, eine 1 in weiß, eine 1 in weiß, eine 2 in weiß. Also wieder ein Feld freilassen, dann ziehe ich ein Kürbis. Ich traue mich nochmal was zu ziehen. Eine 1 in weiß, jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß, dass nur 4 1er drin liegen, die ich am Anfang gekriegt habe. Das heißt, es kann jetzt nicht mehr gut gehen. Und ansonsten habe ich auch nichts Sinnvolles mehr drin, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Ich traue mich noch einmal und habe Glück. Ich habe den 2er, 1, 2 und lege den mal hier drauf. Und jetzt höre ich auf. So, jetzt gibt es wieder hier die Würfelrunde. Keiner ist explodiert, also wird hier gewürfelt. Ich kriege wieder einen Rubin. Diesmal ist er ja der Startspieler. Dann ist er dran. Kriegt einen Siegpunkt. Dann wird geschaut, habe ich hier irgendwas in der Farbe draußen liegen? Ja, habe ich den schwarzen. Jetzt muss ich den schwarzen auswerten. Und hier heißt es eben, ziehst du genauso viele schwarze Chips wie deine Mitspieler. Dann darf ich meinen Tropfen 1 vorwärts bewegen. Ziehst du mehr schwarze Chips als die Mitspieler, den Tropfen plus einen Edelstein. Ich bin der Einzige, der einen hat. Das heißt, ich ziehe den Tropfen jetzt 1 vorwärts. Das, was da drauf lag, kann ich schon mal weglegen. Das ist nicht wichtig. Und nehme mir einen Edelstein. So, ansonsten haben wir da nichts abzuhandeln, außer doch grün haben wir natürlich noch abzuhandeln. Hier ist das letzte oder der vorletzte nicht grün. Hier ist das letzte aber grün. Wenn das letzte grün ist, dann kriege ich eben auch einen Edelstein. Auch den nehme ich mir. Pink gibt es nicht, also sind wir da fertig. Dann schauen wir mal, hat das nächste Feld einen Edelstein? Ja, hat es. Also kriege ich jetzt hier einen Edelstein. Bei ihm hat das nächste Feld auch einen Edelstein. Also kriegt auch er einen Edelstein. Dann als nächstes kommen die Siegpunkte. Ich kriege 2. Ich kriege 2. Also 1, 2, 1, 2. Einfach vorwärts gezogen. Dann ist das nächste das Geld ausgeben. Da schauen wir mal. Ich habe 13. Er hat auch 13. Also beide haben gleich viel Geld. Und da kaufen wir jetzt ein. Für 13 möchte ich kaufen hier einen Plus 2 Chip in gelb für 12. Das möchte ich hier machen. Und dann kann ich den Rest auch runternehmen. Und zurück in den Stoffsack schmeißen. Und das gleiche macht unser Spieler hier drüben. Der kauft sich für 10 den 1er in schwarz. Legt den da rein. Es waren noch 3 übrig. Kann sich einen Kürbis kaufen. In 1 für 3 schmeißt das auch da rein. Und nimmt sich die Sachen zurück. Einen kleinen Fehler habe ich gerade festgestellt. Habe ich euch erklärt. Das mit dem Würfeln hat noch einen kleinen Haken. Nur der Spieler, der am weitesten vorne ist auf der Leiste, darf würfeln. In dem Fall waren wir beide an der gleichen Stelle. Und hatten eben auch den gleichen Wert. Dann ist Gleichstand und dann dürfen alle würfeln. Ansonsten darf nur der würfeln, der den höchsten Punktewert hat. Also nochmal kurz erklärt. Einer liegt hier auf der 2 und einer liegt hier auf der 2. Dann wird geschaut, wer hat den höchsten Punktewert. Beide haben den Punktewert 2. Aber der, der weiter vorne liegt, ist dann der, der würfeln darf. Nur wenn beide auf dem gleichen Feld liegen, mit dem gleichen Punktewert, dann dürfen auch beide würfeln. Das habe ich in der ersten Runde falsch gemacht. Also immer nur der Spieler, der am weitesten vorne liegt, oder eben den höchsten Punktewert hat, der darf würfeln. Nicht alle Spieler, das wäre ja fast zu großzügig. Gut, jetzt gebe ich hier mal, keine Ahnung, ich gebe hier alle 4 von diesen Edelsteinen aus, um meinen Tropfen 1, 2 vorwärts zu bewegen. Plus, ich bin nicht explodiert, darf ihn noch 1 vorwärts bewegen. Er macht das gleiche, 1, 2, wenn auch nicht explodiert. Und darf ihn dann auch noch 1 vorwärts bewegen, wegen der Ereigniskarte. Ja, so geht das Spiel grundsätzlich einfach weiter. Wir haben jetzt dann die dritte Runde, da kommt dann das Lillene hier ins Spiel, und da gibt es eben wieder neue Features dazu. Das Spiel läuft einfach so lange, bis man die neunte Runde erledigt hat. In der neunten Runde kann man dann noch 5 Siegpunkte, also die Punkte der letzten Runde, wo man steht, kann man je 5 Punkte an Geld eben eintauschen für einen Siegpunkt, und jeweils 2 Rubine kann man nochmal eintauschen, auch gegen einen Siegpunkt. Das kann man ganz am Ende noch machen, ansonsten werden die Punkte während des Spiels schon komplett verteilt, da passiert ansonsten nichts. Und wenn ich hier über die 50 drüber komme, dann drehe ich meinen Marker um. Da steht dann eben 50 drauf, dass ich weiß, ich habe das schon mal erreicht und zähle den Rest dazu. Zweimal rumkommen tut man eigentlich nicht. Genau. Soweit sind das die Regeln von diesem Spiel. Die Ereigniskarten sind wie gesagt cool, weil die jedes Mal ein bisschen was ändern am Spiel. Gleichzeitig ist es cool, diese ganzen Bücher, die man hat, wie gesagt, man hat die Rückseiten von diesen Büchern, man hat nochmal einen zweiten Satz mit Büchern, die auch eine vorderende Rückseite haben. Also hier kommen nochmal ganz andere Spielvariationen mit rein, mit ganz anderen Sachen, die die Bücher machen. Hier kann man wie gesagt erstmal diese kompletten Bücher spielen, erst alle 1er Bücher, dann alle 2er Bücher, dann alle 3er, alle 4er, und dann kann man die auch noch mischen, je nachdem, was einem vielleicht am besten gefallen hat. Hier hat man wirklich einen hohen Wiederspielwert bei diesem Spiel. Die Regeln sind schön einfach. Das mit dem Ziehen ist glücksabhängig und macht total Spaß. Man muss sich überlegen, eben wie man seinen Stoffsack aufbaut, mit welchen Sachen man hier versucht weiterzukommen. Ein ganz, ganz großartiges Spiel, was wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, sehr, sehr viel Variation mitbringt, dadurch sehr, sehr viel Wiederspielwert hat. Hat uns wirklich außerordentlich gut gefallen und ist nicht umsonst nominiert zum Spiel des Jahres. Ein ganz, ganz großartiges Familienspiel. Wer solche Art Spiele mag, der muss hier auf jeden Fall mal einen genaueren Blick riskieren. Das war sie, meine Spielevorstellung von die Quacksalber von Quedlinburg aus dem Schmidt-Spiele-Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel-Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.